Hallo Leute, ich bin's wieder, euer Musi und willkommen in der dritten Folge der zweiten Staffel von unserem Server Let's Play. Ja, wir befinden uns immer noch in der Höhle, es ist immer noch am Regnen und heute bin ich wieder da mit Basti und mit einem Special Guest, der sich gleich vorstellt. Aber erstmal zu Basti. Ja, moin Leute, ich bin's mal wieder, euer 1-Personator und es war eine lange Zeit, nun haben wir auch erstmal Pause gemacht, weil wir wenig Zeit hatten. Das war leider... Wir hoffen, es hat nicht allzu viele zu Tränen gerührt. Na, aber jetzt sind wir wieder da, nein. Ja, und Axel, einmal vorstellen. Also, ich bin Axel J, alias Alexei, also mein richtiger Name. Und ich habe einen YouTube-Channel, aber den braucht ihr nicht zu abonnieren, weil ich den nur habe, um irgendwas zu liken oder zu abonnieren oder zu favorisieren, was auch immer. Und ich habe die beiden netten Kollegen hier kennengelernt. Und aus Zufall machen wir jetzt mal zusammen ein... Ein-Kraft-Als-Play. Das mache ich jetzt erst mal. Wie der Zufall es so will. Ja, ne? Und dann... Scheiß-Regen. Äh... Dann fangen wir doch mal direkt an. Ich bin beim Ops-Burner wieder. Das wird jetzt geil. Boah, so ewig her, ich weiß gar nicht mehr, wo ich war. Also, ich glaube, ich wollte mir gerade Iron-Sachen machen, aber... Ich weiß nicht mehr. Ich habe eine Scheiplatte. Ich habe eine Scheiplatte? Ja, ich habe eine Scheiplatte. Die... Ähm... C418-13. Also, die haben wir 13. Ja, also... Keine Ahnung, was die... Ich nehme mir die Truhe mal mit. Die Diamanten? Nee, keine Diamanten drin. Nee, noch nicht. Ich habe nur drei Smaragde. Also, in den letzten Parts. Ähm... Nur, genau. Äh, brauchen wir irgendwie hier... Maus-Dawn. Äh, den baue ich gleich ab. Warte, ich komme gleich eben zu dir. Du kannst natürlich so weit weg gehen, wie du willst. Wenn du mir sagst, wo das ist... Das ist weiter runter. Warte, wie kann ich das markieren? Nee. Ist gut. Ich komme gleich so runter. Ich muss nur eben... Ja. Was machen wir hier überhaupt? Was du machst? Ja. Du... Du kannst machen, was du willst. Hört sich der Wagen, aber... Kann ich fliegen. Nee, ist mir klar. Aber ich muss doch irgendwas machen können, um dieses Leadplay voranzutreiben. Okay, ähm... Du kannst, äh, Komet, bau, bau Materialien ab. Und dann können wir gleich nämlich weiter zu unserer Behausung. Wenn wir hier genug abgebaut haben. Uh. Larpus Lazo, die bringt unglaublich viel EP. Habt ihr das mal mitgekriegt? Larpus Lahu und so. Wie war das noch mit, äh, Wörtern? Nein, ich hab keinen Häusern. So, wo war jetzt der Spawner? Jo, ich seh deinen... Ja, ich seh deinen Namen irgendwo. Kann das aber nicht ganz wo. WTF ist das hier dunkel? Bleib doch mal aus, wenn du irgendwo bist. Ich hab nur sieben Stück. Hier ist Lava. Ich hab Lust irgendwie, also mich... Bevor ich irgendwie in Lava gehe, ich mach mir hier ne Kiste hin. Uuuh, ich bin schlau. Und pack da so die... Fall in die Schallplatte rein. Ja, die gibt's doch gar nicht. So, vor selten. Oh, du bist genau unter mir. Vorsicht, jetzt Lava. Ja, ich grabe mich nicht runter, hat es nicht vor. So, es gewittert. Es gewittert? Ja. Ihr? Ihr restet nur das. Ich hab leise Minecraft-Sounds an. Oh ja, ich glaub, ich hab meine Minecraft-Sounds aus. Uupsi. Also ich hab nur ganz leise an. Also, wow, das war fast Lava. Ähm, ich hab sie auch nur ganz leise an. Weil ich wahrscheinlich vielleicht eventuell wieder Musik hinterpacken werde. Und da passt das dann nicht so gar nicht. Weil wir das ja bis jetzt noch nie gemacht haben. Nee, nicht wirklich. Das kommt vielleicht so in Staffel 4, sodass wir mal ohne Musik machen. Wenn Staffel 4 überhaupt rauskommt. Wo bist du hier? Da bist du. Ja. Ähm, wo war der, ähm, da. Oh, oh, ich seh dich. Moin. Moin, mit neuem Skin. Ähm, du, soll ich mal deine ganzen Sachen mitnehmen? Ja, ich nehm die mal mit, ne? Ja, wenn du stirbst, war uns meine. Hahaha. Ach. Äh, Text mir eben, wo der, wo der Spawner war? Ja. Oh, warte mal, Gott, ich muss, Gott, das einstellen. Warum, warum packst du deine Fackeln hier rein, wenn du sagst... Ja, hier ist, hier ist ein Riesenfett. Ja, hier ist ein Lava-Quelle. Ja, ich meine. Ja, hier kommt man kurz mit. Ja, sofort. So, wo bist du? Oh Gott. Brennt immer so vor. Dann muss man nachrennen. Tja, und da hinten. Und dann, äh, okay, ein bisschen Glück erklärt. Ähm, da ist noch... Ah, ich seh's. Ja, okay. Viel Spaß. Da unten ist, glaub ich, sogar noch irgendwie ein Schienensystem. Alter, das gewittert aber auch heute. Hahaha. Ich hör's überhaupt nicht. Ich, vollidiot, hab meine Sounds nicht an. Also, ich hab sie ganz leise an, äh, aber man hört es, also... Es leeeckt! Danke. Jetzt den Mossy Cobblestone kann man nämlich später mit den Villagern tauschen, falls wir irgendwann mal so ein Village finden. Oh, Sachen. Darf ich die Spitzacke kaputt machen? Die Holzspitzacke? Ja. Yay. Dafür ist es da. Tja, dann erzähl uns doch mal ein bisschen von dir. Wir sind ganz oh. Von mir? Ja. Dein ist Lava. Ich spiel gerne Minecraft. Ich schreib sehr viel. Boah, du Internetopfer. Ja, das ist so, ist... Oh, ich häng' richtig viel auf YouTube ab, ne? Ich guck gern Gronkh, für alle, die das interessiert, und die auch gern Gronkh gucken, und... Ey, Gronkh, ey, voll das Opfer, ey, der glaubt mir immer meine Sprüche. Ich wohne hier Intellektor-Hochwert, die gescheiß abliefern, da kapiert. Äh, ja. Warte mal, ich wollte mir noch irgendwas machen. Äh, Werkzeuge. Ja, ich... Oh, aber ich... Ich könnte dir Steinwerkzeuge geben, aber... Alter, ist das hier eine... Ist das hier eine große Lava-Kammer? Äh, ich komm' hier gar nicht voran. Äh, das ist... Wetten, du bist wieder der Erste, der Diamanten findet? Äh... Ja, weil du ein... Weil du einfach immer nur vorrennst. Ja, das ist halt das Praktische, wenn man vorrennt. Ich hab, äh, Redstone gefunden. Ich hab Emerald-Ohr. Oh, ich hab Diamanten! Du Spass! Hahaha! 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 Zwei Minuten später! Ich hab Diamanten! Naja, zwei Minuten ist übertrieben. Ja, okay, keine guten zwei Minuten. Du Spinner! Äh... Ich glaub' er mir wieder die Diamanten... Ne... Ja... Ich bin echt hart. Weil ich's können. Weil ich's können, ne... Ja... Haha! Haha! Weißt du was? Leck mich am Arsch! Ne, ich auch! Hahaha! Oh, ich hab Diamanten gefunden! Ich hab Diamanten und Redstone. Ich hab Diamanten und Redstone. Also bin ich auch zufrieden. Und ein... Weil ich... Ich krieg diesen Stein hin. Ich bin nicht. Wuh! Errungenschaft erzählt. Diamanten! Und ich hab' immer mal... Emerald-Ohr. Emerald? Ja, Emerald-Ohr. Und ich kann das nicht aussprechen. Echt nicht? Ne, ich sag' immer der... Ich sag' jetzt der grüne Stein. Ich bin sowieso das Englisch-Ass überhaupt... Ja, genau. Warum huste ich eigentlich so behindert? Jedes Mal, wenn ich irgendwas sarkastisches meine? Ne, keine Ahnung. Muss ich selbst tragen. Ähm... Pfff! Tja... Behinderungen lassen sich nicht vertuschen. Axel, was machst du grad so? Ja, ich mach mir. Jetzt ist dein Schütz-Zack und geh mal. Er schrubbt sich gerade ein. Hahaha! Nicht lachen! Und... Und cool! Und cool! Tja, ich hab Diamanten... Aber nur zwei. Also kann ich nichts machen. Ich hab auch nur zwei. Boah! Und wenn wir's kombinieren, haben wir sogar vier! Ja! Aber dann kann man sich nur ein Werkzeug draus machen! Juridisch können wir uns vier Spaten machen. Boah! Boah! Was sollen wir mit mir spaten? Du Klappspaten! Haha! Scharfes Denken! Meins, 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 meins! Ja, ihr seid alles Opfer. Haha! Was hast du denn für ein Problem schon wieder? Keine Ahnung. Ein Monster an? Ja. Vielleicht... Vielleicht hab ich was mega geiles gefunden. Vielleicht... Oh ja! Hier sind Zombie, hier sind Zombie! Hier unten ist so viel... Lava! Ja, ne, so viel Lava! Äh... 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 Alter, wie das hier gewittert! Ey, das geht hier voll ab! Man hört hier nur Geknalle! Ich hab Gold gefunden! Gold ist zwar unnötig, aber egal, man nimmt's trotzdem mit! Und hier... Noch mehr! Was ist denn das? Dieser grüne Stein schon wieder! Ja, ich nenne das! Ja, ich nenne das! Das sage, darfst du das sagen. Ähm... So. Okay. Ich hab keine Fakien! Ich hab mein ganzes Holz zurückgelassen! Ah, Gott! Du Idiot! Aber ihr Stein nehmt noch mit! Äh... Ich soll nicht mehr fies sein! Ich hab ein Schienensystem gefunden! Da sind Fakien! Die Diamanten! Echt? Alter! Erfindet selbst am ersten Tag die Diamanten! Ich hab ein Schienensystem gefunden! Ich hab ein Schienensystem gefunden! Ich hab ein Schienensystem! Oder so ein... Teilschienensystem! Ich kann das aber nicht abbauen! Ich hab keine Heizenspizzecke! Zu früh gefreut! Alter, wie Gold hier ist! Das voll heftig! Super megahaftig! Aber dann kann ich mir theoretisch jetzt mal kurz Holz machen! Und mehr Fuckeln machen! Fuckeln? Fuckeln! Fuckeln! Machst du auch Fuckeln! Wir nehmen schon 10 Minuten auf! Und noch mehr Diamanten! Das ist ja die Diamantenreiche Aufnahme halt! Ja! Wie viele Diamanten haben wir eigentlich jetzt alle? Nein! Das sind Cave Spiders! Ich bin weg! Ich bin weg! Ich bin weg! Stirb du! Du! Nee! Ich mach mir kurz ne provisorische Mauer! Stirb du Basti! Ja! Später? Wie unlustig das jetzt einfach mal war! Wir haben beide gelacht! Ich fand's goldig! Ich fand's goldig! Beides! Du hast goldig gesagt! Ich bin so ein richtiger Goldwiller! So, ich brauch jetzt 4 um so so'n Scheiß kraftigen Kack zu machen! Ja! Oh! Ich hab mal, als ich angefangen hab mit Minecraft, mich so derbs gefreut als ich ihn erst mal Diamanten gefunden hab! Und da hab ich die mit ein... Äh... Hier! Steinspitzsacke! Abgebaut! Rrrr! Und dann waren sie schnell mal weg! Ja! Dann hab ich geheult! Äh... Oh Gott! Äh... So, ich kann jetzt ein Diamant... Das könnt ihr jetzt nicht machen! Genau ne Hacke und eine Schaufel! Aber ich brauche... Äh... 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 Nein! Ich bin zu doof! Äh... Ne, doch nicht! Ist das jetzt was Neues? Äh... Äh... Eine... Pickel! Ich brauche jetzt noch zwei Diamanten... Und dann kam... Und dann kam... Ein schwer! Ich hab eine Tierhacke! Nur so nebenbei... Man, bin ich schnell! Bin ich gut! Bin ich gut! Und jetzt muss ich diesen Spawner hier abhacken! Das sagt deine Freundin doch auch immer! Mann bist du schnell! Genau! So, ich muss kurz Spawner erledigen! Von Carfesspeeders! Von Carfesspeeders! Ja, Carfesspeeders! Geht sterben! Vielleicht auch einfach Cave Spiders? Ne, Carfesspeeders! Hört sich cool an, ne? Ja! Oh, geh doch mal sterben! Wie lange brauchen die zum sterben? Ja, das regt voll auf! So, Spawner ist beseitigt! Auf Wiedersehen! So, was haben wir hier? Ananas! Ich höre Zombies! Du brennst? Geil! Ne, ich dachte ich würde brennen, aber... Ich hab kein Fressen dabei! Und das Schien-System ist hier so riesig! Äh! Sollte ich mich ne Kiste machen? Ey, weißt du was? Ananas! Ich hab ne Kiste gefunden! Ich seh irgendwie wen ganz weit entfernt von mir! Ja? Ja! Wow! Da! Ich erkenn's nicht, aber da ist was! Äh! Über mir ist ein Mob-Spawner! Spring mal hoch! Spring mal hoch! Beide! Doin, doin! Wer ist jetzt? Okay, erstmal Basti spring hoch! Doin, doin, doin! Ja, du bist da! Ich seh dich! Komm runter! Hier unten ist über... Wow! Wo kommt der Zombie hier? Fuck! Geh sterben, geh sterben, geh sterben, geh sterben, geh sterben! Oh, in der Aufnahme, das wird so dunkel alles! Im Keller ist es dunkel, da wohnt ein armer Wicht! Ich bin so ein Idiot, ne? Ich komm meine Treppe runter und geh erstmal fett in die falsche Richtung! Nämlich, komm zurück zum Anfang, wo ich runtergegangen bin, erstmal vier Diamanten schön! Okay! Ne, warte noch mehr! Fünf, sechs! Das sind meine! Sechs Diamanten, Alter! Das sind meine! Vergiss das, das sind so ein bisschen unsere! Habe ich sogar... Was? Nein, nein, nicht da, wo wir alle angefangen haben! Wow! Das hier könnte tödlich sein, egal! Könntest du jetzt mal bitte zu mir kommen? Oh Gott, hast du mir dein zorniges Wort! Weser spawnen die Viecher hier unten, da oben ist das Spawner! Geh sterben, geh sterben, geh sterben! Fünf Diamanten! Fünf Diamanten! Oh meinst du, wie viel ich hab? Acht! Ich hab acht Diamanten! Wow! Das ist mir jetzt auch noch nicht darf das! Alter, woher kommen die ganzen Viecher, das ist voll heftig die Spawner, einfach durch die Decke! Was meine, wie das im echten Leben aussehen würde, wenn einfach mal so Menschen hin wie durch die echte Decke Spawn! Durch die echte Decke! Ja, durch die echte Decke für echte Menschen! Jetzt mal kurz Ruhe hier! Jetzt mal kurz Ruhe hier ist es Time für Schluss machen! Ja, Leute! So traurig, wie das ist! Ja, und es hat noch von mir nicht mal geleckt! Ja, Leute! Ja, also, wir verabschieden uns, ich verabschiede mich von euch! Ich auch! Und ich auch! Jülülü! Wir sehen uns dann wahrscheinlich in der nächsten Folge, wahrscheinlich auch wieder mit Axel und... 1 plus Nato! Haut rein! Ciao! Ciao Bella! Okay!